In Zeiten der Hamsterkäufe von Toilettenpapier kurz ein paar Hinweise für die Analhygiene. Toilettenpapier ist eigentlich eine Erfindung der Neuzeit. Früher, besonders auch jetzt noch in arabischen Ländern, wird vorwiegend mit Wasser gearbeitet. Mein Tipp an die Patienten ist, nicht zu viel des Guten mit Analhygiene, möglichst keine Seife, keine feuchten Toilettenpapiere und nicht zu viel des Guten mit dem Toilettenpapier. Idealerweise Wasser, das ist das allerbeste. Bidet ist sehr gut, hat nicht jeder und wenn das Gefühl da ist, dass es nicht ordentlich sauber wird, dann kann man auch einfach einen Waschlappen, einen alten mit Wasser verwenden und da die Analhygiene im Wesentlichen mit Wasser durchführen.